was geht ab leute willkommen zurück zu einer neuen folge auf dem kanal von einem computerspiel namens league of legends heute gemeinsam mit dem lieben daniel in der mitte mit malzaha da meister je gebannt wurde danke dafür fiddle sticks spielen wir heute einen richtig dezenten klatter amomo klatter amomo ganz einfaches prinzip gehen rein klattern und sterben aber vorher ulten ja und halten mal ein paar leute fest ja 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 und das wird richtig lit denn wir werden gewinnen mal ein bisschen hier was nehmen von dem von der kreatur da alter ich muss sagen das video gefällt mir richtig gut ich war bei dem einen video mit markus so gemeinsam war ich sehr verwirrt weil das hört sich schon alles sehr ziemlich eklig an lassen wir uns über apps reden oh gott und zwar meiner meinung nach einer der geilsten apps ist die app beer with me ja ich meine du trinkst ein bier und egal wo du bist die bier app kann dann schließt ein standort ja und dann kannst du zeigen was du trinkst kannst bier wein schnapps und so weiter im dual ski sowas trinken und dann kann jemand anderes der nach vorne ist es dir groß wünschen oder kann dir sagen ich bin auf den weg zu dir alter ist so genial immer ein prost würde und dann kommt dann kann er zu mir kommen ja wenn er sagt bleibt da glaubt weg dann muss natürlich vertrauen belieben und dann bist du da kommt dazu den er kann ja da gemeinsam trinken die übelst gute app wenn ich mit demjenigen da muss ja auch kein brotwünsch oder deiner freundesliste haben ich weiß ja alles generell kein bier trinken dann kannst du ja auch ein alkoholfreies bier trinken oder ein weinen oder ein kurzen oder was auch immer die app ist ja offen für alles kennst du das video wo die eine asiatin erzählt wie cola wirklich heißt wo die im flugzeug ist und sagt ich bin tot ich habe kleine beine wir holen sie ein wer fällt ein bin ich nicht zu gebrauchen wir zwerges in die ehrgeborene spurt sagt was gefährlich über kurze entfernung ist was ich mir jetzt verdient den bluwer fährt geht sogar noch uns dann muss so mit auge text ist dual gewinnen So Daniel, Daniel ist einfach der beste LoL Cutter der Welt, wer ist dieser Karma? Ah, ich bin auf der Flucht. Au, 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 au. Vielleicht habe ich uns da gerade den Tod gebatet, aber nur vielleicht. Ja, auch nur vielleicht. Stimmt doch mal ab, eines Tobys schon oder eines Tobys schon. Jetzt muss ich halt Infocard reinmachen, Daniel. Wir müssen doch mal bald ranken. Wir wollen ja noch, will ja noch aus meiner High Elo Bronze 1 raus. Hast du mir gesmiltet? Nein. Ist das dein Ernst? Nein. Ich kann mich doch niemals erkennen mit dem Smite, was denkst du von mir? Okay, ich habe mich eventuell gesmiltet. Montage Musik und jetzt kommt gleich ein Snipe. Nein. Ah, shit. Do wasр. Tschüss. 発. Musik Ich glaube mittlerweile könnte ich den Jhin one-shotten Ups Oh lai Mein Ult hab ich noch rausbekommen GG WP Ja Leute, ihr seht, ich kann nicht nur Amumu Hä? Ich kann nicht nur Master Yi, sondern auch Amumu Und dementsprechend wünsche ich euch noch ein Du hast eine Meisterschaft Ich habe ein S- bekommen Nice Und noch eine Kiste Oh, haben wir direkt noch ein Pack-Opening Oben drauf So Uh, Bonus-Content Ja, Bonus-Content So Ups So Wir haben einmal hier eine zufälligen Skin Es ist Mecha Melfight Wir haben als Champion Kiste Mit Singed Karma Und 5,9 Ein paar blauen Essenzen Eine Kiste Uiuiui Und es geht ja alls weiter Leute Alls weiter Premium-Content Einmal drei Schlüssel draus Öffnen wir jetzt mal hier Diese Kiste Wir haben God King Garen Den hab ich mir mal für 10 Euro gekauft Ein Vorrohrauge Und das war's Den Besitzer Dann werde ich den jetzt entzauber Alter Ich krieg für den Skin nur 300 Uff Kann ich mir jetzt den Warwick-Skin freischalten Ja Nächste Runde wird dann ein Warwick-Game Wenn ihr das Wer wir sehen will wie der Skin aussieht Der schon seit 2 Jahren draußen ist Bleibt dran Und schaut euch beim nächsten Rollvideo wieder rein Hau da rein Macht's gut Zum Abschied euch da also Ländekopf-Dichtung in dem Sinne Macht's gut Ciao Schönen Abend noch